Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier noch wie normal, aber wie gesagt, wir wachen jetzt die Spalne sauber und dann werden wir uns um die Fütterung kümmern. Das ist ja wohl nicht herkommt hier. Aber, ne, dann bleiben wir hier wieder hergeschmalken hier, ne, als Futter. Weil wir hören alles. Super, die kümliche Silage, wir hören uns auch. Jetzt fahren wir mal kurz rüber, ne, also, dass keiner mehr aufgefährt. Einfach mal das Fahrzeug. Ah, jetzt wird er noch heller, ne. Aber von der Werbung noch nichts zu spüren. Die kriegen hier auch noch ein bisschen, äh, bei uns Frühling ist angesagt, also Temperaturmäßig sind drauf bis 13 Grad. Also, also Riese, und das soll nächste Woche bis 14 Grad werden. Aber, täuscht euch nicht, äh, es kann auch mal kurz Winter werden, also, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Na, ihr denkt, oh, draußen pflanzen und fröhliche Sachen ausbringen und so, ne. Ne, Vorsicht, also bis, bis Mai kann immer noch Frost auftreten, ne. Das kennen einige von uns, bei mir zuhause im Grundsing, 1. April, da ist dann extrem viel Schnee gefallen, also, äh, ich kann nie, äh, sagen, dass das Frühling der Winter vorbei ist. So, die Straße verlassen, kommen wieder ausmachen. Ja, der eine Stahl macht auch noch Mist, und der Rest ist nun ja wieder sauber, ne. Komischerweise ist das so. Ja, Mist, so, ne. So, muss ich schwer machen. Wasserhahn nicht abfahren, ne. Der Schleppner kann man reparieren. Das sind unsere Ferkel, übrigens, ne. Ja, das ist, äh, gut. Das ist, ich find's immer lustig. So, der ist sauber gemacht. Die ersten Tiere sind bereits in der Verklachtung. Mal schauen, wenn wir das erste Mal Fleisch verkaufen, kriegt der auch ordentlich Geld, ne. Für Fleisch, mal gucken wir mal, Wursthandel und, äh, wir haben Wurst, wir haben, und Schweinefleisch, also mal gucken. Und zwar ist das hier, weit hinten, glaube ich jedenfalls. Malz verkaufen wir nicht, das lassen wir schön. Papier kostet nicht viel, aber gut. Hier, Schweinefleisch. Oh. Zwei, drei im Lidl. Oder, ne Rind haben wir aktuell nicht, ne. Also Rind ist ein bisschen. Dann haben wir noch, äh, Wurst. Wurst? E2. 3000. Und Nebenprodukte haben wir auch noch. 1008 im Hafen. Was das nur genau sein soll. Äh. Ich bin flexibler, kann alles sein. Knochen. Bedärme. Ich bin ja da, ne. Ja. Jetzt haben wir das noch schon. Wie der halt woanders ist, ne. Ich bin ja nicht so stur. So. Jetzt muss ich ganz kurz wegstellen. Und hier drehen wir gleich weiter ran aus, hier. Was kriegen, ne. Und so viel gab es, ich bin ja auch für Gülle nicht. Oh Mann. Ein Mist haben wir hier sowieso nicht. Äh. Äh. Ich glaube hier kein. Stroh herbringen. Flieger unterwegs hier. dann haben wir heute alles versorgt, oh hieß auch Mistig und ob wir den nicht zurückgefahren haben so ich würde ja nix mehr fliegen, aber leider so hoch wie vor, ich meine gut, wenn er richtig durchgesprochen ist 10, 15 cm, 20 oder mehr das ist ein Ziel nicht zu denken, aber wenn der Boden nur leicht gefroren ist, kann man nicht aber wir haben ja im Prinzip den ganzen Winter Frost gehabt, also die drei Tage immer durch den Frost man muss gar nicht glauben, wenn so minus 2,3 Grad jeden Tag ist, da geht immer tiefer nicht da taugt ja nicht auf, ne? eher später im Frühjahr, wenn man so ein bisschen nachlässt, dann taubt es ja auf, ne? aber gut da haben wir drinnen, da wäre ja auch immer drin das ist der andere Behälter hier, der keine Bulle fangen kann, aber dafür sehr richtig und was der Stall machen will da gehen wir leicht unseren Futter holen da kurzen Topo anschmeißen, ne? da gehen wir nach Schweinen was zu fressen was Schweinen darf man fressen sagen ich habe jetzt kurz überlegt, ne? die Menschen essen ja, ne? Schweine dürfen auch fressen ha, schon wieder Mist aber nun ist egal, wir werden doch da fliegen aber wir werden ja nie fertig die ersten versorgt ja leider müssen wir auf Futter verzichten wir haben ja Malz gehabt, aber da hat man einmal was gekriegt ja, leider ist da zu zu wenig ja die wird auch nicht rein, denke ich auch haben wir nicht in den Graben, ja macht keinen Scheiß noch nicht mehr raus voller Anhänger ist ja so teuer hallo, justus! hallo lieber heute ist kein Holz dran, ne? äh, weiß was ich meine jetzt ich du w w w w w w w So. Ja, ich verleg auch gerade, ob wir die Glase, die wir den Kühen geben, beziehungsweise nicht von daheim machen, aber das ist für die Wege hart zu verschwenden, ne. Und schon 2,3, ne, die ist schon perfekt. So, drei Ställe. So, da sind natürlich große Tiere hier drin schon, ne, also 2,3, recht große, ne. So geht nicht aus. So. Da sind wir genau der richtige Hänger für den Kuhstall. Der passt nämlich nur gerade so rein. Und verklemmt nicht. Der gelbe, der verklemmt. Also, kommt gleich rein, wenn er voll ist, aber nicht mehr raus, wenn er leer ist. Gut, wir müssen den Rest mitnehmen und dann nachher ein Lager einkippen. Aber besser, als wenn wir nochmal herfahren müssten. Ich hab dann noch einen Tag zurück, aber wir müssen sehen, dass wir Dünger kriegen hier. Oh, das ist ein Blöde, ne. Komisch zu finden, um abladen kann, ne. Der ist schon wunderbar links hier. Der ist schon wunderbar links hier. Da kann es nicht sein. Der ist ja vermiss. Ist er denn nicht versorgt? Der hat nicht versorgt. Dann wollen wir nicht fahren. Dann sind wir in den Strobelarm rein. Ja, okay. Dann geht's um Kühn, ne? Dann brauchen die nichts. Normalerweise hätte die Meldung kommen müssen. Genug für zwei Tage, oder so. Die Zeit vergeht schon wieder mal. Aber das wird nicht wärmer, ne? Das taucht nicht auf. Bei uns haben wir früher im Winter, wenn das nicht alles die Form war, den Mist wegfahren lassen. Da konnte man nämlich auch mit dem Traktor und dem Viertler fahren, ohne dass es einen großen Schaden gemacht hat. Also, dass er sich festgefahren hat. Weil wir haben einen schweren Nebenboden und wenn da bisschen nass ist und dein Traktor nicht mal festfährt, dann machst du eine tiefe Pule und vor allen Dingen, naja, viel Schaden kann man nicht sagen. Aber halt, da kommt halt nicht raus, ne? Mit vollem Anhänger, mit vom Stall. Alles konnte mir im Garten nicht verarbeiten. Ich bin mir teilweise nicht gefahren. So, da fahren wir ein Lager rein und dann holen wir uns gleich mal mit runter. Und dann müssen wir mal sehen, ob wir ein Glück da haben. Und trotzdem müssen wir uns nachher mal gucken, wie wir den... Das wäre auch scheinbar der Glück zu sein, aber... Scheint. Also ob da Heu fehlt, ne? Heu. Ich muss mal kurz kurz gucken. So. Heu fehlt. Die Nage ist voll. Die Sputter ist aber auch fast so voll. Haben wir noch Heu da? Haben wir noch Heu da? Heu, Heu. Heu. Das wäre nicht schlecht. Dann haben wir gleich mal eine Lagerung abkippen. Dann kann er wieder produzieren, ne? Und das nächste Mal haben wir dann entsprechend Platz. Wenn es früher die Ernte hochgeht, dann muss es da auch ein bisschen. Tabak. Hirse. Dinkel. Wohlen. Ja, Hopfen. Kartoffeln haben wir noch da. Oh. Oh. Heu. Heu. Er kann nicht die Silage verarbeiten. Die Ball ist weg. Heu. 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 Ist das so, ne? Schon wieder so warm rechnen. Ist doch gar nicht. Machen wir noch einen Großen durch. Wie dann der Prozessor durchbrennt hier. So. So. Wohlen wir jetzt gucken. 32%. Keine Ahnung. Ich habe auch noch ein bisschen zu sehen. Wenn der Rechner aushält, dann muss ich es sehen. Dann muss ich wieder mit einem normalen Rechner aufnehmen. Also den ich gerade spiele. Soll ich aber gar nicht. So. Heu. 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 Dann muss ich den gleich Rest und auch reinhauen. Oder weg. Ich habe mich vorhin gerade im Rechner ganz kurz mal Staub weggepustet. Aber hat nicht viel gewollt. Weil er meldet irgendwo 70% Leistung insgesamt, aber er hat nur OBS, oh, jetzt mal eröffnen würde ich sagen. Nur die Viren durchsuchen, aber ich durfte schon nix haben, ich habe ja nix draufgespielt. Ich hab dich im Auge, weil man auf den Oli konntest ich nicht. So lange bei OBS keine Meldung kommt, hier ausgelassene Frames oder sowas ist noch in Ordnung. Ist schon n Ding. Na gut, jetzt arbeitet er mit 60 FPS, das war aber kein Grund hier, der zusätzlich mehr Leistung zu verlangen. Schauen wir ja gleich, ne? So, das soll's für heute gewesen sein. Ich sag mal vielen Dank fürs Reitschauen. Seid mal tschüss und die Gewinke, tschau, tschau. Ja, wir sehen uns gleich wieder, aber es klappt zum nächsten Zorgen, wenn ihr möchtet. Natürlich. Ja, dann geht's weiter. Tiere füttern, Wasser geben für Tiere, für Kühe. Tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.